Die Menschheit hat ein wachsendes Problem. Berge von Elektroschrott und Abfall. Und dabei ist es eigentlich relativ egal, ob jetzt der Elektroschrott, so wie in dieser Doku, in Ghana liegt oder bei uns zu Hause vor der Haustür. Denn schließlich geht uns die Umwelt ja alle an. Also sollte man auch darauf achten, dass der eigene ökologische Fußabdruck grüner wird. Keine Angst, niemand will dir dein Smartphone wegnehmen. Doch das richtige Smartphone gibt dir die Möglichkeit, einen wichtigen Beitrag zur Umwelt zu leisten. Und zwar mit einem Fairphone 3. Das Fairphone 3 ist das erste Smartphone, das sich für Mensch und Umwelt einsetzt. Also werden die Menschen, die das Smartphone bauen, fair bezahlt und behandelt. Und außerdem ist das Fairphone 3 nachhaltig konstruiert. Es ist auf alle Fälle mal kein Wegwerfprodukt, denn theoretisch hält es ewig. Denn du kannst es selbst upgraden und kleinere Reparaturen selbst durchführen. Deswegen liegt dem Fairphone 3 auch ein passender Schraubenzieher bei. Das Display hat einen Sprung, reparier es doch einfach selbst. Doch was ist dann mit der Garantie? Gut, die Garantie, die ist dann natürlich nicht weg. Das Fairphone 3 unterstützt das Selbstreparieren und hilft Benützern sogar mit Tutorial-Videos. Bei den meisten Smartphones ist der Akku der Todesstoß. Das heißt, der geht irgendwann ein und kann auch meistens nicht getauscht werden. Das Fairphone 3 ist da aber anders. Macht der Akku irgendwann schlapp, kann man ihn einfach austauschen und einen neuen einsetzen. Und jetzt bloß nicht auf das Akkumärchen reinfallen, dass man einen Akku ja sowieso nicht recyceln kann. Denn richtig entsorgt wird er korrekt zerlegt und die Inhaltsstoffe zu einem neuen Akku. Super Sache, aber gibt es eigentlich irgendetwas, das das Fairphone nicht kann? Ja, es gibt keine Kopfhörer, kein Ladekabel, kein Ladegerät. Ja, das klingt verrückt, macht aber Sinn. Das ist meine sonstige Kiste. Das ist jetzt nicht extra vorbereitet. Die steht seit Jahren wirklich so in meinem Schrank. Denn wir alle hatten doch schon mal ein altes Smartphone, das mit Ladegerät, Kabel und Kopfhörer ausgestattet war. Und all die Sachen passen zum Fairphone 3 und sparen Elektroschrott. Nachhaltigkeit gut und schön, doch was kann es? Beim Fairphone 3 geht es nämlich nicht um Tech-Spacks, sondern eher um Fair-Spacks. Doch es kann trotzdem alles, was ein herkömmliches Smartphone kann. Telefonieren, fotografieren, messagen, Benutzung von Apps. Und außerdem läuft es mit Google Android als Betriebssystem. Ein modernes Smartphone halt. Und der Glamour-Faktor? Denn schließlich ist ein Smartphone auch irgendwie ein Statussymbol. Der Glamour-Faktor ist natürlich hoch, denn heutzutage ist nichts mehr more glamorous, als wenn man ein bisschen nachhaltiger mit der Umwelt umgeht. Wie zum Beispiel mit dem Fairphone 3. Das noch dazu nachhaltig konstruiert ist und theoretisch ewig hält. Denn grün und fair glänzt 2020 bereits heller als Gold. Das Fairphone 3. Das Smartphone, das sich traut, fair zu sein. Mit Rücksicht auf Mensch und Umwelt hergestellt. Das Fairphone 3. Dasically, sensors an Lawton Wild. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.